Hallo, wir sind die Firmen hier und wir müssen uns heute vorstellen. Ich bin Valerie Geisbauer und ich bin Nathalie Kieners. Hallo, mein Name ist Miriam Bohn. Hallo, mein Name ist Selina Schauer. Wir lassen uns firmen, weil wir mehr über Gott erfahren möchten. Mein Name ist Sandra Kreins. Mein Name ist David Seber. Wir lassen uns firmen, weil wir Gott näher kommen wollen. Wir lassen uns firmen, weil wir eine Verbindung zu Gott haben wollen. Wir öffnen unser Fenster für neue Erlebnisse und unsere Zukunft. Hallo, ich bin der Thomas Kasper. Hallo, ich bin der Alexander Hager. Ich heiße Dominik Erböck. Ich heiße Sebastian Schachinger. Und wir lassen uns firmen, weil wir näher zu Gott sein möchten. Mein Name ist Sabine Stuttinger. Mein Name ist Melanie Kieners. Wir lassen uns firmen, weil wir an Gott glauben. Ich lasse mich firmen, weil ich weiterhin den Weg mit Gott gehe will. Ich lasse mich firmen, um Gott näher zu kommen. Wir öffnen unser Fenster für neue Erlebnisse und lustige Momente. Und wir öffnen unser Fenster für Freunde und Familie. Hallo, ich bin der David Köttl. Und ich bin der Severin Geistbauer. Hallo, mein Name ist Philipp Führtauer. Und ich heiße Elias Haas. Ich öffne mein Fenster für Gott und meine Geliebten. Ich öffne mein Fenster für Gott, Freunde und Familie. Wir lassen uns firmen, weil wir näher zu Gott möchten. Ich lasse mich firmen, damit ich mit Gott und dem Heiligen Geist näher in Verbindung stehe. Und ich lasse mich firmen, weil ich dann mit Gott an einen neuen Weg gehe. Ich öffne mein Fenster für... ...Freunde und Familie. Für Gott. Wir öffnen unser Fenster für... ...Freunde und Familie. Ich öffne mein Fenster für neue Erfahrungen und Erlebnisse mit Gott. Ich öffne mein Fenster für Freunde und Familie. Und ich für eine bessere Beziehung mit Gott und dass ich dann volles Mitglied in der Kirche bin. Ich öffne mein Fenster für den Heiligen Geist. Wir freuen uns auf unsere Pflege.